Hallo, das ist jetzt unser Lorikon Q&A und ich darf jetzt vorstellen, unser Lorikon kennt ihm. Natürlich gehört zur Organisation von der Lorikon viel mehr Personen dazu. Wir haben Helfer, die mitarbeiten, wir haben Leute, die Räume organisieren oder Workshops organisieren und an der Stelle gleich einmal ein großes Danke an die Leute, die momentan nicht abgebildet werden können. Aber jetzt würde ich eben kurz mal unsere Runde vorstellen. Ich fange dann gleich kurz einmal an. Ich bin die DIA. Mein Job in der Lorikon ist der Boss. Das heißt im Grunde nur, dass ich schaue, dass das Konzept von der Lorikon aufrechterhalten wird und halt schaue, dass eigentlich die Sachen ein bisschen laufen und ich mache nebenbei eigentlich auch die Organisation von den Wettbewerbern. Ich bin die KK. Ich war schon von Anfang an dabei. Ich bin sehr stark im Programm involviert. Außerdem bin ich noch die Social-Media-Tante. Hallo, ich bin der Egi. Ich bin für alles zuständig, was mit der Technik zu tun hat und ich bin sozusagen der Technik-Chef. Hallo, ich bin die Marie. Ich bin von Anfang an mit als Helferin dabei gewesen und seit heuer jetzt eigentlich im Kernteam mit dabei und bin für die Sponsoren-Sachen und so zuständig. Hallo, ich bin Fussel. Ich bin hauptsächlich für unser Merchandise zuständig, betreue unsere Artists und hilfe hin und wieder in der Technik aus. Hallo, ich bin die Mi. Ich mache alles, was mit EMV zu tun hat und seit diesem Jahr mache ich auch alles, was mit den Ehrengästen zu tun hat. Lorikon heißt im Endeffekt Tirol, nur verdreht, ohne Tee und wir haben es eigentlich deswegen verwendet, weil es auch total süß klingt. Ich meine Lorikon. Na ja, also ganz grundsätzlich war das ursprünglich ein Scherz zwischen mir und der KK. Wir sind dann vor einer Convention gesetzt und haben uns überlegt, ja, wenn wir selber eine Convention machen würden, was würden wir da machen? Wie würden wir die nennen? Und dann war dann schon eigentlich der Name Lorikon, war sehr schnell dann schon da. Und unser Grundgedanke war tatsächlich, ja, wir wollen Lampions aufhängen. Die Lampions sind dann tatsächlich auf der Lorikon auch gehängt. Also das ist ein Detail, das sehr gut funktioniert hat. Wirklich passierte ich die Lorikon dann, weil eine andere Freundin, die leider nicht mehr im Organisationsteam ist, einfach prinzipiell beschlossen hat, ja, wir machen dich jetzt. Und eine Gruppe an Leute einfach in eine WhatsApp-Gruppe reingeschmischen hat und gesagt hat, so, wir machen jetzt eine Convention. Und dann hat es zuerst einmal ein bisschen, zuerst war die Motivation sehr hoch und ich habe die Leute mitgemacht. Dann war der übliche, dich übliche Abflachen, dich eigentlich bei jedem größeren Projekt passiert. Und dann nach einem Jahr haben wir dann gesagt, na, okay, wir machen dich jetzt wirklich und haben uns dann mit einem kleineren Team noch einmal zusammengesetzt und dann ist die Lorikon im Grunde einfach passiert. Und ich sehe wirklich sehr schön, dass das funktioniert hat und dass ich auch bei den Leuten recht gut ankomme. Das freut mich wirklich. Vor der ersten Lorikon, da haben wir teamintern einen Maskottchen-Wettbewerb veranstaltet. Da sind auch jede Menge Ideen gekommen, zum Beispiel eine Kuh und ein Hühnchen. Und eben gewonnen hat dann unser kleiner Rorikon, unser Tiroler Adler. Wir selber verdienen nichts an der Con. Die ganzen Einnahmen decken nur die Kosten und fließen in die Organisation an Action Con. Also wir sind eigentlich deswegen in Seefeld, weil einerseits die Location total schön ist. Also gerade vom Panorama her total super für Fotos geeignet. Also wir haben auch viele Grünflächen. Wir haben das Kino bei der Location dabei, was total lässig ist. Prinzipiell ist Seefeld auch sehr gut erreichbar, sowohl mit dem Auto als auch mit den anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir können super parken dort. Prinzipiell sind wir nicht abgeneigt nach Innsbruck zu gehen und prinzipiell, wenn einmal die Besucherzahlen so hoch sind, dass wir in Seefeld keinen Platz mehr haben, dann würden wir vielleicht auch nach Innsbruck gehen. Aber im Moment sind wir eigentlich sehr glücklich mit Seefeld und genießen es da oben. Ja, also bei uns mitmachen ist eigentlich total einfach. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt euch als Helfer bewerben bzw. als Helfer mitmachen. Man kann Vorschläge schicken für Workshops oder Wettbewerbe bzw. wenn man will, kann man auch einen Wettbewerb organisieren oder einen Workshop organisieren und halten. Können Sie uns auch einfach schreiben auf unseren Social Media Accounts oder auf unsere E-Mail-Adresse mit team.loricon.at. Und ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten mitzumachen, wenn man will. Wir sind offen für alle Vorschläge und würden uns freuen, wenn jemand was schickt. Ja, die Möglichkeit wird es definitiv geben, sofern Leute bereit dazu sein, da was zu machen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Workshops oder auch für andere Vorträge. Also, wenn ihr Ideen habt, meldet es euch. Bei unseren Wettbewerben ist prinzipiell immer im Vorhinein eine gewisse Vorlaufszeit. Es wird dann immer online auf unserer Webseite und auch auf Social Media bekannt gegeben und dann kann man einfach sich über das Formular anmelden. Man muss dann halt seinen Namen angeben, den Namen, unter dem man auftreten will, eine Referenz einschicken und wenn man irgendwelche Medien oder sowas hat, das auch mit reinschicken. Und im Grunde ist man dann auch schon dabei. Und falls man sich wieder abmelden will, das ist auch überhaupt kein Problem. Uns ist natürlich lieber, je früher, desto besser, weil wir haben ein begrenztes Kontingent, an wie viele Personen teilnehmen können. Und da kann man einfach eine E-Mail schicken oder auch einfach auf Social Media schreiben, hey, sorry, mir geht es leider doch nicht. Und das ist auch überhaupt kein Problem. Und man muss sich auch gar keine Sorgen machen, ob man jetzt nicht gut genug ist oder ob der Auftritt gut genug ist. Es ist eigentlich wirklich, es geht um den Spaß. Das steht bei der Lorikan wirklich im Vordergrund und ich glaube, wir haben auch einen Spaß. Also gesunken würde ich unsere Titanic jetzt nicht nennen. Aber wir machen einen kleinen Umweg und ankern, dann neckt es ja wieder vor Seefeld. Prinzipiell hat uns das Datum dieses Jahr sehr gut gepasst und wir versuchen nächstes Jahr wieder einen ähnlichen Zeitraum anzubeilen. Also wahrscheinlich so Ende Juni. Danke fürs Zuschauen und wir freuen uns, euch 2021 wieder zu sehen. Willkommen mit.